Guten Tag liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Folge ich mache meinen Führerschein. Wir starten wieder direkt das Level, suchen wir uns raus und gehen out of parking rein in das Level, außer das ist ein Auto, das ich nicht starten kann. Dann ist es blöd. Okay, Motor an. Ja, das ist ein... Wartet kurz. Okay, es war ein Level, in dem ich nicht das Auto starten konnte. Okay, ich muss jetzt rückwärts anscheinend raus, was ich gerade von allein tätige. Nein, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Äh, we start. So, 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 so. Bitte gib nicht um. Okay, das kann ich umkippen. Okay, äh, so. 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 Ich bin mit diesen Anhängern, bin ich irgendwie immer vorsichtiger. Park here. Okay. Okay. Geschafft. Nächstes Level. Ihr merkt schon, dass ich spiele... ...die Level nicht spiele, wenn ich den Motor nicht ankriege. Accept Challenge. Okay. Drei. An. Gang. Eins und... Oh. Los geht's. Hallo. Okay, das war meine Schuld. Ich hab den Blinker nicht gesetzt. So, ich kann Rebar. Ich glaube, ich werde dagegen knallen, genau. Okay, jetzt will ich es aber richtig machen. So, Motor an. Gang eingehen. Ja, Blinker. Das Signal, dass ich rausfahre. Dann gleich Blinker nach rechts, damit ich nach rechts abbiege. Da wird meine Mitfahrer es wissen. Beziehungsweise Mitstreiter auf der Strafe. Genau so heißen die. So. Dann muss ich hier runterfahren. Anscheinend. Das wollte ich jetzt nicht. Hä? Car damage? AVA, Werbung. Und ich rolle irgendwie. Nein, nicht auf Gang 6. Drei mal schon. Ah, ich wollte auf Gang 1. Nein, 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 nein. So, rein linken. Eigentlich müsste ich das Stück direkt am Anfang machen, aber... Das ist faul. Rechts. Ja, wir bewegen nach rechts ab. So, langsamer. Ich darf nicht zu schnell beschleunigen. Und wenn ich jetzt erst schnell beschleunige, dann mach ich hier einen Stunt. Hä? Muss ich da schnell rüber? Hallo, du darfst mich nicht anrufen. Ich bin Fahrschüler. Ist doch mal ein Echtling. Ich hab nachgefragt, das darf man Echtling ist. Man darf kein Fahrschüler anrufen. Das geht als nötig. Man kann bestraft. Okay, man muss damit anlaufen, da rein, okay. Doch nicht mit 90 kmh. Haut. Was? Oh, Mann. Ich häng ständig an dieses eine Level. So, ich dachte, ich... Ähm... Arbeite mich schon ein bisschen vor, weil der Anfang dauert nicht lange. Und ich hatte eben wieder Werbung. Dachte, ich fahre schon ein bisschen vor, bis zur Stelle. Ich sehe nichts passiert. Ich müsste das Spiel eigentlich ohne WLAN spielen, da habe ich auch keine Werbung. Ich hoffe, ich müsste... Nein. Okay, wartet. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin schlimmer als eine Frau. Das ist ja so ein Klischee, dass Frauen nicht paraten können. Deswegen habe ich das gesagt. So, da bin ich wieder. So, da habe ich eine Idee, hier rück... Stopp. Vorwärts. Stopp. Vorwärts. Stopp. Ist mir sicher. Was? Was? Ich hoffe, ich kann das doch Hochsch MarvinCam. Nein 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 nein- nein 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 nein. nein 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 stopp jawohl geschafft jetzt zu fetten erst mal ganz kurz rückwärts ich hasse immer wenn mein auto ausgeht ich hasse das so sehr Feuerwehr wieso muss ich ständig in so einem grünen Parkhaus parken so jetzt muss ich wieder mit etwas anlauf da runter stück nicht mal Gas so 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 jetzt kann ich den blöden Motor nicht anmachen so 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 mal schauen wie das wird bitte oh ja das ist auch rechts geschafft 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 jungs und mädels hier erstmal runter zu kommen mit der ego perspektive nein wir sehen uns wieder an der gleichen stelle so das heißt ich muss gleich noch mal rückwärts parken ganz ruhig jetzt nach links nach rechts da vorne leute wir haben es gleich geschafft jetzt noch rückwärts einparken aber dafür kann ich ruhig hier auf diese perspektive wechseln weil rückwärts einparken level geschafft so wenn es sorry leute also das war's bis zum video wenn es euch gefallen hat lasst ein like da wenn ihr wollt könnt ihr den kanal auch abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss 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 tschüss